Ich freue mich, dass wir hier spielen können. Ich freue mich auch für das Spiel. Ich denke, wir haben natürlich auch von dem ersten Spiel, das wir mit mir absolviert haben, gewernt. Ich denke, dass es morgen ein ganz anderes Spiel werden wird. Wir wissen, dass Thumbnaut eine sehr starke Mannschaft hat. Wir sind aber die aktuelle Champions-League-Sieger. Wir spielen die Afrika-Football-League. Da sind die besten Teams mit dabei. Wenn man ins Finale kommen will, dann muss man versuchen, die zwei Spiele zu gewinnen oder zumindest sich zu qualifizieren. Das ist bei Alawi ein immer der Fall, dass wir die höchsten Ziele ersetzen. Morgen ist das erste Spiel im Halbfinale. Wir hoffen, Alawi geht davon aus, dass wir ein gutes Ergebnis holen und das Rückspiel dann auch gewappnet sein zu können. Ich bin sehr froh, dass wir in dieser Tournament qualifizieren können. Ich bin sehr froh, dass wir hier spielen. Ich bin sehr froh, dass wir hier spielen können. Ich bin sehr froh, dass wir hier spielen können. Ich habe viel gelernt von meinem ersten Spiel hier. Und ich denke, es wird noch ein anderes Spiel morgen, als das letzte Mal. Ich weiß, dass Thumbnaut ein sehr guter Team ist. Aber wir kommen hier als Champions League winners. Wir spielen ein Tournament mit den besten Teams in Afrika, den besten 8 Teams in Afrika. Ich weiß, dass es schwierig ist. Wir werden unser Bestes zu erreichen, um ein guter Ergebnis zu erreichen. Wir wissen, dass wenn wir qualifizieren, die wir für die Finale gewinnen wollen, wir müssen auch beide Spiele gewinnen. Oder wir wollen unser Ziel, das ist zu qualifizieren in der Finale. Natürlich, bei Alawi, wir müssen die Möglichkeit gewinnen, alle Spiele gewinnen und wir können uns die guter Ergebnis zu machen und für die Finale gewinnen. Vielen Dank für's Zuschauen. Wir haben eine große Herausforderung in der Erfolge für die Erfolge. Wir sind hier als Erfolge die Erfolge der Erfolge. Wir haben hier die Erfolge in der Erfolge. Wir haben die Erfolge auf die Erfolge gefehlten. Wir haben die Erfolge gefehlten, die wir in den Erfolge haben. Wir haben hier die Erfolge gefehlten. Wir sind immer sicher, dass wir das nicht mehr als Reise machen können. Wir werden immer ein wenig sehen, das ist immer so, dass wir uns die Reise machen können, dass wir uns die Reise machen können, und wir kommen zu einem Reise kommen, und wir kommen zum Reise im Reise, und das ist der erste Reise der Reise. Wir müssen alle, was wir da machen können. Vielen Dank, Herr Präsident. Einfach zu sagen, von der Seite von Ihren Reise, was ihr ihr sagen? Wie ist die Frage? Wir wissen, dass es ein Spiel von Sundauns wird, wir wissen, dass wir auch ein Spiel großartig sind. Wir haben unsere Zielsetzung, wir werden unsere Besten für die Finale gewinnen. Wir werden unsere Besten für die Finale gewinnen. Wir sind jetzt in der Semifinale. Wir wissen es gut, und wir werden unsere Besten für die Finale gewinnen. Vielen Dank, Moment. In diesem Video ist es eine Möglichkeit, zu fragen, Sie können sich Ihre Hand und sich identifizieren, als auch die Bibliothekungen, die Sie presentieren. Können Sie den Mikrofon bitte? Wir haben es hier. Okay, wir starten hier in the front. Vielen Dank. Danke so much for your time today, Mohamed. My question is for you, Kamukhalo from Kikoum. I just wanted to find out, there's been a lot of uproar in Egypt about the fact that the time was changed between the game that was originally proposed and the time that the game is being played at now. Why is it such an issue for learning to play at an earlier time? Okay. Was I asked – Come to meet you, you were not in etwa lying there, I was a big fan of Entscheidung. You know – shoot yourself in general – you know – minutes needcia Emanuel ok? Es ist nicht ein Problem für uns. Es ist nicht ein Problem für uns, es ist normal, wenn wir hier oder in Afrika kommen, dass wir immer wieder spielen können. Es ist nicht ein Problem für uns. Wir spielen immer an 3.00 Uhr. Für uns ist es wichtig, dass es gut sein. Das ist das wir, was wir machen. Und für morgen wird es gut machen. Das ist für uns, das nächste Spiel in Karo besser für uns. Wir sind nicht auf die Zeit. Wir wissen, es wird 3.00 Uhr. Und für uns ist das wichtig, dass wir uns auf die Spiel in Karo konzentrieren. Wir sind in der nächsten Mal. Vielen Dank. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Okay. Katleko Meriba von der Citizen. Ich starte mit Al-Shanawi. Wie wichtig ist es für euch, dass sie mit dem Team mit dem Team gespielt haben? Wie wichtig ist es für euch, dass sie mit dem Team mit dem Team gespielt haben? Und für die Coach, wie hat die Team mit dem Team entwickelt? Seit der 5-2 scoreline, die letzte Mal die zwei Teams mitgebracht haben? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.